Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Witcher 3, Hearts of Stone. Los geht's. So, es geht da weiter, wo ich aufgehört habe, mit der Szene im Schloss. So, es geht jetzt weiter, wo ich aufgehört habe, im Schloss, bei der letzten Szene hier. Okay, ich weiß nicht, ob es die letzte ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Also ich würde mal sagen, durch den Gin war er vorher schon verflucht, in Anführungsstrichen, und da er in dem Fluch nicht loswerden konnte. Das hat halt alles so geworden. Hat angefangen zu trägen, zu rauchen. Das ist ein normaler Ehevertrag. So, du bist am Sauf. Und du hältst den Ehevertrag. Der Vater müsste den Kontrakt halten. Ha! Me to good! Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed. That you shall heed her counsel and requests and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. Oh! On Iris's request I declare this marriage null and void. Hat er ja die Narbe vorher schon? Ja, ich glaube, das wird nicht oft sein. Hm. Du Säufer. Ach, super. Danke, Allgert. Selbst in der Vergangenheit hab's nicht. Ich hatte aber die Hoffnung, dass er eventuell noch ein netter Kerl ist, aber jetzt leider nicht mehr. Es ist vorbei, Allgert. Hm. Dass er sie lieben sollt. Schön formuliert Katze. Ich weiß nicht, dass wir viel Zeit zusammen haben, die drei von uns haben. Wehe, Pelle. Du lebst wieder. Schau mir das nicht an. Ach, deswegen trug sie nur nach schwarz, weil ihr Vater tot war. Aber... So, die große hast du. Pellett. Nee. Hast du das Tablett? So ist die kleine. Hm, das Tier ist nicht richtig. Ich glaube, das war deinem. Da geht's. Habt ihr eigentlich von diesen Ballen gegessen? Natürlich nicht. Ich habe dir bereits gesagt, wir sind nicht Tier. Aber der Beobachter würde sie alle gleich ausprobieren. Wie alles. Eine andere Mönstrosität. Ich beigte, dich zu stoppen. Was ist das? Die zwei sind zu, zu viele, wie es ist. Der Hund und der Katz behalten dich. Dieser wird dich schützen. Wichtig für das Haus. Wichtig, was passiert. Vorher wollte ich wissen, was in der Kopf war. Ich dachte, vielleicht könnte ich dir helfen. Nein, das ist alles gut. Ich... Ich fühle mich nichts. Ich weiß nicht, ob ich dich noch nicht mag. Geh, Olgierd. Ich will dich aus meiner Sicht. Geh, Olgierd. Wir haben den Schwimmer komplett entstanden. Oh... ja. ... Was ist da? Iris von Evericks größte Angst. Emotionen, er weiß. Die Gefühlslosigkeit. Komm doch Halbtraum, komm doch. Die Kälte. Ah, die Unsterbeste. Ich weiß es nicht. Irgendwas davon. Hat sie ihn so gesehen. Deswegen ist das hier Halbtraum. Kann ihm Schaden machen. Okay. Ich war in der Ecke eingesperrt. In der verdammten Ecke. Oh Mann. Ist leicht. So. Diesmal war richtig. Oh Mann. Oh Mann. Kann sie also besiegen. Immer zwei. Oh Mann. Oh Mann. Das ist nur einer. Oh Mann. Ich hab meine Tränke immer wieder nicht erneuert. So. So. Es geht. Wat? Ich werde ihn nicht beerdigt. Oh Gott. Kannst du dir abschminken. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Moment ich muss nur kurz. Donner kommt wieder zur Katze und ich möchte verdammt nochmal Essen haben statt Alkohol Ach was du hast deine Skills verdammt er ist wieder der alte super also ist Euge jetzt einziges Problem eigentlich nicht die Unsterblichkeit sondern dass er keine Emotionen mehr hat so auch langweilig ohne so last but least ja natürlich ok war jetzt aber nicht so sehr hoch aus dem Kampf abgesehen von der einen Sache wo ich unnötig in die Ecke geraten bin aber das zähle ich jetzt mal nicht ich fand mich dumm ich kam da nicht raus das Spiel hat mich belogen was gehört jetzt kann sie jetzt mit mir reden du bist nicht nope warte ich will sprechen nicht hier nicht in diesem Ort was ist tot im Schlafzimmer ok coole Rüstung gefällt mir das Set das ich bin entschuldige ich mich für Olgierd Ich dachte, er hat mir zurückgebracht. Was bist du? Ein Gehirn? Eine Illusion? Ich bin Sadness. Ich habe dich vorher gesehen, aber du bist nicht dir selbst. Und ich habe dich wieder in deinen Erinnerungen gesehen. Wir haben uns getroffen. Ich weiß nicht. Nicht noch ein. Ich hatte schlechte Träume. Ich bin wegen der Violent Rose, die dir alles gegeben hat. Auf dem Tag, wo wir uns einander gesehen haben, habe ich es dreht und habe es in unserer Zimmer, auf meinem Bett. Wird es auch darauf kommen können. Ich bin da da für Tage, schaue es an. Bis zum Schluss, es schraubte sich in der Luft. Wie ich, kurz danach. Also, die Rose ist weg? Nicht aus diesem Welt. Schau, du hast meinen Körper gebrochen, und die Flauers bloomed once mehr. Ach, sehr schön. Und ich... Ich war in einem tiefen, dunklen Schlaf. Nur jetzt habe ich erwogen. Just like my beautiful Rose. Wenn sie den Trauerschleib zum Ende tragen. Ich erinnere mich, den Tag meiner Freundschaft. Sag mir, wie ist das alles geredet? Gesundheit? Ist er gut gefällt? Eher gut? Ihr husband... Hans hat immer stronger sensations. Er trug... Er hat hart. Er ist stoned. So, nichts hat sich geändert. Und es... Nicht viel. Aber ich habe nicht über dich. Er hat mich nur zu retrehen die Rose. Die Rose? So ist er. Jetzt gib mir die blöde Rose. Ach ja. Sie will weiter. Ach, ich bin in der Schneelandschaft, stimmt. Nicht in der anderen. Deine Katze. Ich habe ein Gefühl, die Rose ist wichtig. Ich erinnere mich so klein. Aber wenn ich meine Rose denke, ich beginne zu erinnern, was es war. Der Welt um mich verändert. Ich bin der Katze. 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 Ich bin dem Katzen. Der Katze in einem Stecken. Ok. Oh, die Trauer ist weg. I need the rose. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Was gar nicht mehr. You know I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Oh, thank you. Very nice of you. Thank you stranger for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the man of glass. Stand in his way and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Glass that can't be broken? Oh man, I can't see what they are. Super. I'll remember you. I need a name. That's no longer mountains. Okay, I'm not happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Yeah, live well. I'm happy. Aber ich will in der Realität. Was ist das denn? Ich habe alle drei Prüfungen geschafft. Ja, also Glas, das nicht zerbricht. Sand. Ne, keine Ahnung. Da ist mein Pferd. Und wo ist das nächste Wegkreuz? Ich muss wieder nach Auxenfort. Bokzutza. Übrigens, durch die DLC gibt es hier eine komplett neue Ecke in der Gegend. Also die ganzen Gebiete, die hier sind. Und da kann man auf jeden Fall noch viele coole kleine Quests entdecken. Zum Beispiel Dörfer, die komplett von Spinnen besiedelt sind, wo alles ein Spinnennetz ist. Das sind noch ein paar geheime Gegenden. Ich habe es noch nicht komplett erkundet, aber auch die Fragezeichen hier haben teilweise noch coole Storys mit dabei. Und ja, da habe ich gut auch das Level 38 machen können. Schöne Gegend. Aber jetzt geht es nach Auxenfort. Auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr gelungene DLC. Und selbst wenn jetzt wahrscheinlich bald schon das Finale kommt, so war es das Geld wert. Aber ich glaube, die nächste wird noch cooler. Das setzt sich die großen Erwartungen rein. Ja, bis dahin muss ich mal ein neues Spiel Plus gemacht haben. Damit es auch ein bisschen schwerer wird. Und nein, das mit der Ecke zählt nicht. Das war lächerlich, ich kam da einfach nicht raus. Die hatten mich genau zu verhandeln. Oh, da muss ich mal eine Stunde padden. Ah, Tränke. Ah, ich wollte noch einmal kurz gucken, wie das hier beides aussah, was ich aufgehoben habe. Na, dann sehe ich wie er aus. Aber sein Gewand ist auch ophirisch. Woher denkst du, dass du gut bist? Du bist in der Militär-Operation-Zone. Und unser Job ist... Du siehst mehr, als ob du für eine Runde von Vag... Ich wundere, was ich mache. Willst du so schick, wie du bist? Ihr... Ach, 50, okay. Das, ich verstehe. Was ist das? Mach das noch mal eine Seite. So! Übrigens, ganz... Jetzt ist wieder so die Spiellogik. Alle Boss-Monster sind so mein Level. Also, sobald ich eine Stadtwache angreife, ist die Level 54. Aber naja. Wäre auch seltsam, wenn sie es nicht wären. Dann würde man ja die ganze Zeit klauen können. So! Und jetzt hat sie ihn. Two pints. And be quick about it. Oh! Please, good sir. A bit of courtesy. So I look up. And Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draught. Gerald! Over here! Oi, waiterlucks. He doesn't like to wait. He's powerful. That's cool. Toilish. Toilish. Ich finde die Zeit-Manipulation irresistible. Kontrollen. Es gibt so viele Appetizing-Opportunities. Wie spiken die Suppe von unsavoren individuellen. mit appropriately ghastlichen Dingen. Hehehehe. Wer bist du wirklich? Gauntar Odin. Also known. Nicht, was ich zu fragen. Ah! So you'd rather know what it is I do. In brief. I give folk what they ask for. You might say. I simply grab their wishes. And drop them in a world of hurt. No. Not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want. Nothing more. That they oft desire unworthy things. That is entirely the fault of their rotten natures. You're not human. That's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yeah. Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you. And not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead. Or have met an even worse fate. Yet I still need you. Hmm. You actually control time? Or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Hmm. Let us say time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt. There are four dimensions. Length. Width. Height. And time. Hmm. What would you have me fall in love with? Width? Come now. So. To what do I have the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with all geared. In fact. You've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his three wishes. Did just that. This is where you remove the brand. Cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter. You must do one more thing. Draw Olgir to the temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which nevertheless changes the ultimate meaning of the pact. Hmm. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, I believe however, that all will end well. And once it does, we three shall meet and thank one another for the voyage we shared. End quote. Hmm. He tricks that number. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. What the devil? Why is there a fly in my suit? I was waiting. I had an eye out for you. Did you see your commitment? How was it you're here? What could he do with me when he broke out? I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my suit. Now listen carefully. Tell your Antriman to come to the temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside... What's the commotion? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold that! Your friend, the medic. She were here. Oh! Sharni! Thanks. That's a nice message. Did you see? The devil walked across the street. Oh, that was crazy. He just told me what he had on it. I know... That was crazy. I'm not going to kill you. He's a sucker for me. I have to get you. I have to kill you. He's a good idea. He's a good idea. It's done this way. I can't remember what he's trying to kill you. He's a good idea. He's a good idea. Was ist passiert? Was? Sie haut ab? Das? Oh nein. Ich bin nur bereit, um zu gehen. Was? W-wann? Woher zu? W-wann? Nicht, was ich mit dir zu sprechen wollte. Oder zumindest nicht nur, aber... Ich bin weg, Geralt. Die oberste Front beckert. Ich bin Kedwin-bound. Da kann ich nicht hinreisen. W-wann? Ich habe nie erwähnt, dass du gehen würdest. Ich habe keine Ahnung von dir. Ich wusste nicht, dass ich es wäre. Ich wusste heute Morgen. Zwei Soldaten kamen zu meiner Tür. Sie sagten, dass Redenia mich wieder braucht. Ich kann sie nicht abschneiden? Ich kann nur sagen, dass ich nicht? Vielleicht kann ich es. Aber ich wollte nicht. Ich behandle die Krankheit und die Schmerzen, das ist meine Beziehung. Kein Ort, wo ich mehr benötige, als an der Front. Komm, sag Kini. Kannst du dich nicht nachvollziehen und bleiben? Geralt. Du hast schon die anderen verscheucht. Einen darf er haben. Ich muss alles so durchdacht sein. Also, habe ich etwas über Olgierde gelernt. Ich habe schnell verabschiedet. Ich habe die Bücher verabschiedet. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die Wahrheit gelernt habe, ich muss jemanden finden. Ich habe jemanden gefunden. Ich habe jemanden gefunden. Ich habe einen Kollegen in der Akademie. Ein Professor Professor Promethine Shakesluck. Er sagt, dass die Professor von Everich mit dem Professor verabschiedelt. Er sagt, dass die Professor ein bisschen recherchiert ist. Er sagt, dass die Professor ein bisschen recherchiert ist. Der Professor hat so gearbeitet, dass er das gemacht hat, er ging daffy. Er beginnt, dass er gegründet sein. Er hat ihn nicht gegründet. Wo bin ich? Hier in Oxenfurt. Hier in Oxenfurt. Kloistert in seiner Haus auf der Akademie. Hä? Ein Freund? Wird ersparen. Wenn ich mal immer, der schnell läuft. Sehr gut. Ich bin nur interessiert. Die Schäler haben die Taktiken adoptiert. Sie sind in der gleichen Meinung. Also die oberste Front. Und dann? Es ist egal, wo sie mich senden. Wo auch immer es ist, mach dich selbst. Es ist immer so. Also keine Angst. Ja, ja. Ah. Das ist echt. Ach, sind wir schon da? Nie gesehen. Da geht's lang. Lasst sie dort ein! Du bist viel kinder, als ich dich aufbauen musste. Wie hast du die Knie? Fine. Dandy. Wenn kein Knie mehr schlafen hat. Schau dich als ein glücklicher Mann. Klar, er wurde zurück. Wenn ich nicht begleitet, du wärst ein Krippel für die ganze Zeit. Du wärst ein Krippel für die ganze Zeit. Du wärst jedenfalls vollkommen. Bruno? Vielleicht müssen wir sie inbauen lassen. Sie ist ein decenter Mann. Sie mag nichts zu stehlen. Hm. Okay. Aber alleine. Hier ist was wir tun. Ich gehe in, dann helfe ich dir, nach hinten zu stehlen. Genau. Sag das vor ihnen. Oh. Ich weiß nicht. Aber ich werde etwas herausfinden. Normalerweise sind es nicht so viele Gäste auf dem Räumen. Entstanden. Okay. Lass mich in. Hm. Gut, dass der Plan jetzt noch so geheim ist. Boah, ich muss jetzt mal endlich das auswählen. Verdammt. Nervt mich das. Wo lagen? Jooo. So einfach geht das. Und ertrunkene, natürlich. Was ist so offensichtlich, dass er nicht mal die beste Neuerung kommt. Oh. 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 Es gibt auf jeden Fall mittlerweile 40er Waffen. Recht stark. Guck mal, ob ich weiter war meinem Level. Ah. Ja. Es war eine so offensichtliche Quest, das war nicht mal erwähnt. Zum Thema weniger Wachen, da sind gar keine. Er ist wieder am sterben. Sieht sehr ungesundbar aus. So, jetzt ist es mir ganz leise sein. Ach, könnt ihr um die Ecken gucken oder was? Könnt ihr mich verarschen? Und, kick ihn runter! Das kann keiner. Du blöden Hexenjäger. Bestimmt. So. Gehen wir auf den alten Weg. Eigentlich kommt man ja nur so in die Häuser rein. Mit der Außenfassade. Schade. Ich wollte aber über die Dächer. Wir müssen erstmal kommen. Brot und Trockenfisch. Klar. Jetzt vertraut er mir bestimmt. Das war doch leise. Jetzt zeigt er mir die anderen Quest. Nach runter. Hat er kein Auge mehr. Oh, geht. Ich habe keine Ahnung. Bitte. Du weißt. Gaunter O'Dimm. Schmerz. Er hat mich nicht. Aber er ist, weshalb ich hier bin. Ich bin ein Wälder. Ein Mutant. Nein, Gaunter O'Dimm. Du lässt das Haus nicht einschlürzen. Ich kam hier, weil ich Informationen brauche. Ich glaube, du bist der einzige Mann, der es hat. Ein Wälder. Dann geht es weiter mit meinem Schmerz. Ich bin ein Päste-Konsunktioner. Was hätte Olgierd von Everich von dir von dir? Ich habe den Tag, den ich erst einmal auf den Mann geöffnet habe. Er hat einen Tag auf meine Dürrsteppe geöffnet, um eine Sack von Gold zu erfahren, um zu wissen, wer zu O'Dimm ist. Und ich habe die Rindungen geöffnet. Ich habe das Wort. Das sind meine Bescheidungen. Und ich brauchte einen Koffer. Ich habe viele Töme übernommen, in die Obscure-Inzidenz und analysiert Folk-Legendungen. Ich ging so weit, als zu Nylfgaard, die Bibliothek, da. Als nächstes bin ich auf die mysteriöse Entitys-Trail. Es gibt Rekorde von Erkrankungen, die von Tausende Jahre zurückdaten, in vielen Kulturen, unter vielen Namen. Aber immer als Evel-Inkarnate. In dieser Land nennen wir ihn Gauntor-Odin, manchmal Master-Mirror, oder Man of Glass. In der Erkrankungen, in der Erkrankungen, bin ich blind. Ja, habe ich ein sehr viel gelernt. Zum Beispiel, dass er mit seinen Verkrankungen spielt. Er schreit auf den Packen, wie vor allem anderen. Er schrecklich schreckliche Kontrakte, die ihre Partei zu schmerzen. Nichts anderes? Gauntor-Odin ist kein Mensch. Du bist жив. Er schrecklich? Ja, ich live in... Huh. Was ist mit dem Sur- Er schrecklich? Wie wissen Sie? Er sagte mir selbst. Er schrecklich mir eine Bescheinung. Er fasziniert mich. Er sagte, er sei Dank. Er hat mich sehr interessiert. Er hat mich sehr interessiert in ihn. Er schreit die Zirkel und sagte, dass ich sicher bin. Er schrecklich in mir. Er versucht mich zu verlassen. Er versucht ihn zu verlassen? Er schrecklich. Er sagte, dass du wie ich bin, was ich bin. Was leben würde. Hmm. Er schrecklich. Er schrecklich. Er schrecklich. Er schrecklich. Er schrecklich. Du musst wissen, dass er aus einer weiblichen, influentischen Linie kam. Er muss... Ja, wirst du... Wann wirst du wissen? Ich weiß nicht. Seine Furchtung ist sauer. Er selbst wurde ein Auskast. Er verpöverte. Iris' Familie. Ein kraftvolles Haus. Sie können das nicht akzeptieren. Sie können das nicht akzeptieren. Sie würden sie nicht am Ende wieder bei ihm. Sie würden die Worte erfüllen. 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 Er schrecklich. Olgade und Olgade. Er gingen ihn an ein Auskast. Er wünscht. Er schrecklich. Er schrecklich. Und ein Preis beitenged. Olgade war ein Problem. Er ließ ihn. Olgade hat einen Schwierigkeit. Er ließ ihm, Olgade hat einen in diesem Weltall gewonnen. Er hat ihn auch. Und seine Brie. Er ist er die Schwierigkeit. Olgade hat er. Er hat ihn. Er wurde bald heiratet mit seiner Lieblings-Iris verabschiedet. Er wurde seine Fortunes gestorben. Nein! Oh nein! Entschuldige, Wälder! Odym machte direkt auf... Er hat zu. Wie war ich noch zu sterben? Es ist schlimmer. Worse. Viele Krankheiten sind verletzbar. Warum hat Ol gearbeitet für O'Dimm getrennt? Er hat das, was er wollte. Hat er? Sein Herz hat so cold als Eis. Seine Gefühle für seine Frau, für wenige Brüder, hat er verletzt. Er hat alles, was er liebte. Hat er etwas zu wollen? Nein. O'Dimm wünscht, was du möchtest. Nicht, was du möchtest. Alle, die ein Pakt kennen, lernen die Unterschiede. Sie sterben. Alles? Keine Möglichkeit, ihn zu verletzen? Möchtest du ihn? Möchtest du ihn? Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? Doch die Annals erzählen von einem Mann, der seine Pakt verletzt hat, indem er den O'Dimm in seinem eigenen Spiel. Was bedeutet? O'Dimm verletzt, Wörter, 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 Wörter. Mhm. Warum begibt es sich selbst denn die Regel, dass er es nur freiwillig nehmen darf? Oh, Dimm hat eine Mark auf meine Seite. Mark? Keine Ahnung in den Tonnen. Wenn ich ihn versuche, enden die Pakt? Das weiß ich nicht. Ein Mann, der sich geliebt hat, hat keine Mark. Danke, er hilft. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das ist... Da verlässt er einmal den Kreis. Da haben wir die Wahrheit über Gohanta Odem und Olgit war kein schlechter Mensch, er wollte nur so durch Gohanta Odem. So, jetzt habe ich hier gerade noch das Buch gefunden. Ja, genau das hier. Falls das irgendwer lesen müsste, ich werde es mir natürlich durchlesen, aber jetzt nicht vor der Kamera. Gut, das war es wieder mit diesem Teil. Im nächsten Teil wird es dann wahrscheinlich vorbei sein, bin mir aber nicht sicher. Gut, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.